... der völlig frustriert war und sagte, ja, ich bin eigentlich Sänger, aber ich kriege überhaupt keine Chance. Der war bei einem Supertalent, da haben sie ihn völlig abgeledert, der war bei The Voice, da haben sie ihn völlig abgeledert. Und dann habe ich gesagt, pass auf, kommst du in meine Show, da ist ein Publikum, die das schätzen kann. Und er hat hier so gerockt, das war Gänsehaut. Und das war beim Christian nicht anders. Und er hat so gerockt, das war Gänsehaut. Und heute Abend, müsst ihr euch vorstellen, sitzt einer den ganzen Abend im Publikum, lacht ganz ernstlich. Und auf einmal steht der kleine dicke Mann da und da ist die Lübe. Und da spritzt diesen Mann, der rockt jetzt so die Hütte. Ein tausend Millionen Dreifacher Applaus für Hutz! Und da spritzt diesen Mann, der rockt jetzt so die Hütte. Und da spritzt diesen Mann, der rockt jetzt so die Hütte. Und da spritzt diesen Mann, der rockt jetzt so die Hütte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jusjahre! 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 Wunderbar, ne? Ja, einmal geht's auch. I'm Shane Ma. Baby, shine free. You can. I'm Shane Ma. Baby, let me go. I'm Shane Ma. Baby, let me go. I'm Shane Ma. Baby, let me go. When we touch my hands, we need to hold. We need to hold. We need to hold. I'm Shane Ma. Day to we, I'm Shane Ma. Say they cette viee ? I'm Shane Ma. Baby, let me go. I'm Shane Ma. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020